So Kinder, wenn wir richtig gezählt haben, haben wir jetzt quasi Silvester. Kann man sein, dass wir so gezählt haben? Ja, ihr könnt natürlich die Videos auch gerne tauschen. Folgendes, Liegestütz mit Rumpfstabe, quasi Schubkarre. Kennt ihr schon, ihr macht uns heute nochmal mit ein. Das heißt, die Füßchen kommen auf euer Handtuch. Dann macht ihr Liegestütz, kommt wieder hoch und kommt fünfmal nach vorne. Dann wieder Liegestütz und fünfmal nach hinten. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Dann wieder Liegestütz, ihr könnt gleich nochmal machen, ihr müsst jetzt nicht pausieren. Wieder hoch und fünfmal nach vorne. Nicht fallen lassen, sondern ordentlich Liegestütz. Die Damen und die schwachen Kinder, ihr könnt das gerne aus dem Team machen. Wie ist das schon kaputt, ihr habt jetzt bei Videos. Wir machen keine Rechensdrehen. Nein. So, dann guckt doch mal. Ich denke mal so fünf bis zehn Durchgänge in einem Satz sollten drin sein. Dann macht ihr die eine Minute Pause. Und ja, so zehn Durchgänge sind auf jeden Fall drin. Wenn ihr auf jeden Fall so fünf bis zehn Liegestütze macht. Plus das hin und her fallen. Und das ist die Kraft. Wir wünschen euch ein schönes, gesundes, frohes neues Jahr für uns. Und wann auch immer das kommt. Wir wissen jetzt gar nicht, welche Kinder wir sind. Aber wir sehen uns genau. Bis gleich. Ciao, ciao.